hier die schönen Osterhasen und hier ist eine tolle Deko bei Matthias sitzen überall hier die gucken wir uns im Bett zu, was auch was schön ist hallo Romeo, hallo mein Kleiner und die Joyce wer kommt denn, wer kommt denn, schau mal, wer kommt guck mal, ja wer kommt denn, hoi, wer kommt denn, schau mal, ja, hoi ja, kleiner Mann, wer will da weg spielen